Musik 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 Applaus Musik 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 Die Hanoi hat die Jacke abgewinnt Musik 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 Ich muss den Satz schnell im ersten Durchgang. Und was für ein erster Satz, die Nr. 105 der Weltrangliste gewinnt diesen... Sensationell stark gespielt. Es gibt den einen Janosch Jakob, den haben wir im ersten Satz gesehen, der in Düsseldorf. Und Christian Süß in der Rolle des Coaches, das haben wir auch schon im Hallenspiel gegen Fulda. Und der Klasse Rückert in die tiefe Vorhandseite. Der hat daran gearbeitet, hat seine Löcher auf... ...dann muss ich hier wieder zurückpeichen in dieses... ...dann muss ich hier wieder zurückpeichen in dieses... Und das war sehr, sehr, sehr clever vor allen Dingen gespielt von Janosch Jakob. Das war wirklich High-Speed-Staff. Besser kann man es kaum machen. Ja, sehr schade. Sehr schade für die Borussia, sehr schade für Janosch Jakob. Z1. Z0. Z0. Ah, den hat er noch so gut zurückgebracht. Dafür, dass der Portugiese vor dieser Partie dreimal so viele Matches bereits in der Liga gewonnen hatte als der Ungar, war es ein verhältnismäßig enges Match, der Schlüssel war wohl der dritte Satz.